Auf dem Portfolio Dashboard in TinyWallet findest du alle deine Investitionen übersichtlich zusammengefasst. Zum einen siehst du die Gesamtperformance und Summe deines Portfolios, die wichtigsten Kennzahlen deines Portfolios und den Wertzuwachs, Dividenden und realisierte Gewinne. In Performance Diagrammen siehst du zu einem den Wertzuwachs deines Portfolios, die Performance schön grafisch dargestellt, sowie deine erhaltenen Dividenden. Die Diagramme kannst du auch komfortabel nach einem gewünschen Zeitraum filtern. Im Performance Diagrammen kannst du zu ihm angehen, ob Verkäufe und Dividenden einbezogen werden sollen. Und bei Dividenden kannst du auf eine akkumulierte Ansicht pro Jahr umstellen. Dann siehst du eine Zusammenfassung nach Investitionsart, Wertpapieren, Rohstoffen wie Gold, Silber und Kryptowährungen und Blockchain. Des Weiteren wird dir angezeigt, wie viele Dividenden du in näherer Zukunft voraus sich erhalten wirst. Und du hast eine Liste aller deiner Bestände, deiner Assets. Die Bestände kannst du dann zudem komfortabel hier oben rechts nach verschiedenen Angaben aufsteigend oder absteigend sortieren. Zum Beispiel nach Namen, nach Wert oder nach erhaltenen Dividenden. Wenn du auf den Namen eines Wertpapiers klickst, wie hier zum Beispiel bei der Alter Group, siehst du die Insights zu dem Wertpapier. Du siehst den Kursverlauf, den Wertzuwachs, die Performance und auch hier die Dividenden. Des Weiteren findest du Informationen zu historischen Kapitalmaßnahmen und eine Historie deiner Transaktionen. Die Ansicht kannst du auch hier oben rechts jeweils nach einem gewünschten Zeitraum einstellen. Auch kannst du hier bei Bedarf den angezeigten Namen des Wertpapiers ändern und eine Notiz hinzufügen. Klick dazu einfach hier rechts in den Namen auf diesen kleinen Bleistift. Und hier kannst du den Namen anpassen und eigene Notizen hinterlegen. Diese Notiz wird dir dann auch bei dem Wertpapier hier angezeigt, wie du siehst. Zu guter Letzt werden dir auf dem Dashboard noch die letzten Transaktionen angezeigt, die du auch hier bei Bedarf bearbeiten kannst, indem du jeweils hier auf die drei kleinen Punkte klickst. Mit dem Dashboard auf TinyWallet hast du also immer eine schnelle Übersicht über den Stand deiner Investitionen. Du kannst individuelle Auswertungszeiträume festlegen und hast einen Performancevergleich deiner unterschiedlichen Investments. Du kannst individuelle Auswertungszeiträume festlegen.